Ein Kind blickt abends in die Ferne, betrachtet all die grünen Sterne, streicht sich besinnlich übers Haar und denkt, es wäre so wunderbar, wenn sich mein Meinungswunsch erfüllt und sich als notwendig enttölt, wenn Untermenschen dieser Erde stets einfach nur und Friede wäre und Straßenkinder ein Zuhause hätten, schlafen könnten in gefliegten Betten, wenn die Gebrechlichen gesunden und heilen würden, alle wunden, wenn Geld auch zu den Armen käme, sich hängen würden manche Systeme, wenn dort das Auskämen für meinen Morgen die sinnlos gutes Geld verbraten, denn Luftverschmutzung hätte ein Ende und für Arbeitslose kämen die Wände, wenn es Soldaten nur als Spielzeug geben und alle Waffen wären Zuckerstäbe, dann wäre die Welt des Paradies, wie es uns Gott einst überließ. ist. Bis zum nächsten Mal.